Musik 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 Genau, da waren wir stehen geblieben, Anfang Episode 2 Ich nehme an, es kommt jetzt wieder ein Was bisher geschah, deswegen bin ich mal gerade ruhig Ich weiß, wer du bist. Ich habe eine gute Idee für dich. 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 Walking Dead gehört zu meinen absoluten Lieblingsgames. Ja, ich habe es ja nie beendet, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt darauf. Das einmal durchzuspielen. Drei Monate später. Drei Monate später. Ich habe eine gute Idee für dich. Ich habe eine gute Idee für dich. Aber ich nehme es. Ich nehme es. Wir sind alle hungry. Ich habe eine gute Idee für dich. 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 Aber du musst dich aufhören. Ich habe eine gute Idee für dich. Wir müssen ihn helfen. Bitte. Ben, aufhören! Mein Vater hat Spezial Forces. Ich weiß, was ich mache. Ich sehe, ob du ihn rauskriegen kannst. Nachdem kannst du uns verlassen oder was auch. Ich bin nicht egal. Bitte. Wir müssen ihn rauskriegen. Oh Gott, danke. Okay, aber du musst schnell. Hörst du, bitte. Hörst du, bitte. Natürlich bleiben wir nicht alleine. Oh Gott. Oh Gott. Please, save ihn. No, no, no. Stopp. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Please, save ihn. No, no, no. Stopp. Scheiße. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit als die, an die ich mich erinnere. Und das ist so übel. Oh Mann. Oh Mann. Oh, warte. Das können wir nur machen. Sag bloß, es geht nicht. Es muss sein. Es muss sein. Es muss sein. Komm mal. Es wird sein. Es wird sein. Es muss sein. Es muss sein. Es muss sein. Es muss sein. Oh Gott. Ich werde dich auskriegen. Ich werde dich auskriegen. Nein, nein, nein. Wir versuchen den Trappern. Wir haben keine Zeit für das. Ich bin sorry. Aber wir müssen jetzt gehen. Jetzt. Komm. Oh Gott. So viele. Oh Gott. Oh Gott. Ab und Not Abmauern. Ab und Not Abmauern. Lauf Junge, lauf. Nicht stehen bleiben. Oh mein Gott, help, 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 help me, help! Nooo! Oh mein... Es tut auch weh hier, wahrscheinlich ein bisschen, oh Gott. Warum hab ich nur gewusst, dass jetzt sowas kommt? Ja, das ist halt echt... Bis wo ich's kenne, bis Anfang Episode 3, allerdings ist das irgendwie drei Jahre her. Deswegen erinnere ich mich nur noch an ganz, ganz wenig aus Episode 2. Get the gates open, we've got wounded! Shit! What the hell are they doing? Come on, come on! Oh my god! What happened? We're so good! How's that? What's going on? We don't have time to explain. Lee, are you okay? Get him into the truck, I'll see what I can do. Kat, can you fix him? Jesus, Ken! Lee! I don't know! Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here! What are you thinking? Hey, you wanna calm down for a fucking minute? Hey, watch your mouth! No, I don't! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. He would have died if we left him. So what? We are not responsible for every struggling survivor we come across. We have to focus on our group, right here, right now. Well, hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? Um, no. Fine. You guys fight it out, then. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. What? No, I... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on. You're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not going to be a part of that. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around, but now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. It doesn't matter who's in charge. Those people are here now. I guess we just have to decide what happens next. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence, but sooner or later you're going to have to decide whose side you're on. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? Die zwei gehen mir auf den Zeiger. Die sind einfach egoistisch. You think this is easy for me? Everyone's starting to hate me, because I'm the one that rations the food. But nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. You do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Good luck. Vier Nahrungsmittel für zehn hungrige Leute. Hm. Oh man, wem geben wir das Essen? Hm. Also theoretisch würde ich ja sagen, als erstes die Kinder, ne? Aber wir reden erstmal. Is he gonna be okay? I don't know. Can you give me a hand real quick? Sure. What do you need? Just apply some pressure here while I try to close this up. You know, I thought I was starting to get used to this, sewing up people's injuries. But I mean cuts and bruises are one thing, but Lee, this man has no leg. I did the right thing. Yeah, I know you did. The right thing is just scary sometimes, I guess. Well, you've done all you can, Lee. Thanks for the help. Go ahead and check in on the others. I need a little space here anyway. Schlaf gut, Krümel. Gute Nacht. Und willkommen zurück, Giangeo. Bierchen geholt. Ah, okay. Oh, shit happens straight passenderweise auf dem Truck hinten drauf. Ähm. Ich nehme an, die Suppendosen hier werden leer sein, ne? Hm. Zu schade. Ach, ist das ein Arsch, ey. Unglaublich. Aber mit denen kann ich nicht reden gerade. Und da konnte ich... Ja, ich konnte doch hier gerade irgendwo mit... Ah, ich kann gucken. Mehr kann ich nicht. Ah, doch, ich kann mit ihnen reden. Hm. Hey. You holding up okay, Lee? I was pretty fucked up back there. Having to cut that guy's leg off. Yeah. I just hope Kadja can save him. Lilly's pretty pissed at us. Listen, I know her intentions are good, but... But nothing! She's making the smart choice. Those parasites you guys brought back need to go. Wie blöd kann man eigentlich sein in der Apokalypse? Ich meine, je mehr, desto besser eigentlich, ne? Weil dann kann man wenigstens eine richtige Basis aufbauen. Die zwei sind... Also der Vater mit der Lilly, das ist... Ah, die sind egoistisch wie sonst was. You ever miss the Air Force Base? I mean, this wall isn't exactly military standard. No way I'm going back there. You saw what it was like when you guys picked me up. Completely overrun. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. You mind if we take it? Yeah, give us that thing for a bit. Hm, die Entscheidung ist nicht schwer. Here Mark, this should help. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me the axe? None. Come on, Larry. Give it a rest. I'm sure Lee is getting pretty sick of you thinking he's a danger to the group. Is that what you told him? Yeah, that's right. And what are you gonna do about it? Look, I don't care what it is. But you two have got to start trying to get along. The only thing I have to do is protect my daughter. And right now that means getting this damn wall fixed. So I would appreciate it if you two would shut up and let me get back to work. And faster. Ah. Hmm. Lily thinks we should throw these new people out. Damn right! There's too many people hanging around here as it is. Ohne uns wäre der jetzt schon tot. So ein Arsch. Martin sagt nichts geben, der soll hungern. Ja, nö, der kriegt auch nichts. Definitiv nicht. Solltest How to Survive zocken? Das sagt mir, glaube ich, gerade nichts. Angst und Larrys Kopf. Mit der Frau, die den drüber gelassen hat, möchte ich auch keinen Kaffee trinken. Sehr nett. Hi Papa Frank, guten Abend. So, dann reden wir mal mit dem Rest. How you doing, Clementine? Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Okay, Clem. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for a while? Okay. Wer war der alte Larry nicht was für dich? Oh Gott. Er blows auf. So ein Idiot. Hey, is my friend gonna make it? I don't know. But Kaja will do her best. I promise. I can't believe you chopped off his leg. There was no other way. So who are you people? Our group's gonna want to know. I'm Ben. Ben Paul. The man you saved is Mr. Parker. The band director at my school. We all came down from Stone Mountain for the playoffs. When... When everything happened. How you holding up, kid? Uh, well, I, um... I keep wondering if I could have done something to help, you know? Some kind of... I don't know. Something. Hmm. I'm sure you did all you could. Yeah, maybe. Relax. We'll get your friend back to normal in no time. I sure hope so. Normal würde ich das jetzt nicht nennen, aber okay. Okay. Noch zwei Wochen bis Season 7, Walking Dead. Ich weiß gar nicht, wie weit ich geguckt habe. Ob ich... Hab ich Season 6 komplett gesehen? Ich glaube, mir fehlt die zweite Hälfte. Die war ja pausiert, ne? Die wird ja pausiert, glaube ich, nach acht oder zehn Folgen. Ich glaube, ich habe die zweite Hälfte noch gar nicht gesehen. Muss ich mal... Muss ich mal unbedingt nachholen. Die Serie habe ich mittlerweile aufgehört zu schauen. Warum, Wanderwisser? Hat die dir nicht gefallen oder andere Gründe? Hm. Schade, dass es die Dialogoption... Reib dich schon mal mit Rosmarin ein, nicht gibt. Reib dich schon mal mit Rosmarin ein? Ich habe bis zur sechsten Staffel geschaut. Und da dann die ersten Folgen erwarte, dann absolut keine Motivation mehr weiterzuschauen. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich finde... Klingt jetzt blöd, aber ich finde Walking Dead zum Anschauen relativ entspannend. Und... Deswegen habe ich tatsächlich so... Also ich meine, Hälfte sechste Staffel hätte ich geguckt. Bis zur Hälfte. Da ist ja sogar fast alles gesehen. Das stimmt. Ein Fuchs. Es ist ein Fuchs. Nein, es ist kein Fuchs. Es ist ein Fuchs. Nein, es ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Ja. Das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Ich bin ja erst durch das Spiel zur Serie gekommen. Ich glaube, ich habe erst die Serie angefangen. Ich werde mich auf der Drogstor. Ich werde das nicht vergessen. Ich werde das nicht vergessen. Du und Clem sind willkommen willkommen zu kommen mit uns. Das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Ich weiß, dass es ist. Ich nehme meine Familie. Kann ich auch oben mit Lilly sprechen? Wo geht es denn hier nach oben? Da muss doch immer eine Leiter sein. Hoch. Ich komme hier aber irgendwie überhaupt nicht vorbei, dass ich mit Lilly mal sprechen könnte. Muss ich das etwa von hier unten machen? Hm. Ich verstehe gar nicht Ihr Problem, weil Kenny ist ja mit rausgegangen, um Essen zu suchen. Sie sitzt da oben rum. Vielleicht sollten wir denken, um das Motel zu verlassen. Gott, nicht Sie auch. Ich weiß, Kenny will gehen. Ich denke, das ist, warum er so stolz ist, um das Auto zu arbeiten. Aber das ist ein guter Ort. Wir sind beschädigt. Wir sind nah an der Drogstor. Wir haben jetzt eine Routine und es funktioniert. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, wem wir Essen geben. Das ist das Keks-Orakel wieder sehr freundlicher. Ich schaue momentan Luke Cage auf Netflix. Taugt die Serie was? Ich habe den Trailer gesehen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich reingucken soll. Isas Lieblingsantwort, ja. Zwei wüsste ich direkt. Ja, ich überlege den Kindern halt auf jeden Fall was zu geben. Und vielleicht Marc, weil er gesagt hat, also er hat uns einmal sehr geholfen und zum anderen ist er tatsächlich schon relativ beeinträchtigt davon, dass er kein Essen hat. Er ist eigentlich auch ein Kind, aber da er gerade Neuling ist, glaube ich, wenn wir ihm was geben, das nehmen uns viele übel. Deswegen würde ich das erstmal nicht machen. Vielleicht Carly. Die schläft schon nicht. Dann kannst du vielleicht wenigstens was zu essen gebrauchen. Also ich gebe auf jeden Fall den Kindern was. Dörfleisch, Apfel, Cracker und Käse haben wir. Clementine, wo kommt die Cracker? Okay, ein Sonntag wäre nächstes Mal besser. Wenn ihr mehr Essen habt, dann ist der Kack ist auch hungrig. Ja, warum machen wir mal ein bisschen Essen bekommen? Hey, Kack, was ist denn ein bisschen Essen? Hier. Ja, oh Mann, ich bin so hungrig. Die Kinder habe ich gemeint, okay. Ah, jetzt überlege ich. Vielleicht Mark und Carly. Also Lilly und ihr Vater kriegen nichts. Die können, weiß ich nicht, ihren Scheiß allein machen. Die sind so egoistisch, da müssen die jetzt damit leben, dass sie nichts abkriegen. Kenny und die Mutter. Ja, wir haben uns ja im Prinzip schon erstmal ums Kind gekümmert. Ich glaube, das wäre den beiden auch wichtiger. Also dann würde ich... Ja, geben wir Carly und Mark noch was. Sie bekommt den Apfel. Sie bekommt den Apfel. krass. Ja, Mark bekommt das letzte. Na? Wo ist er? Da. Er hat schließlich auch das Essen mit uns allen anderen geteilt. Eat was. Danke, Lee. Danke, Lee. Danke, Lee. Danke, Lee.